So, neue kurze Aufnahmesession hier bei WoW. Wir waren gestern in den Hallen des Ursprungs. Ich glaube, Hallen des Ursprungs war es. Wir sind auch vorher in Uldum fertig geworden und werden uns jetzt ins Schattenhochland begeben. Im Schattenhochland, also hier ist normalerweise ein Portal, was uns zurückführt. Wir müssen aber dafür, glaube ich, erstmal hier Quests machen. Die hier ausblenden. So. Bergungsaktion. Bergdacht, wiedergefundene Vorräte aus den durchnästen Kisten in Obsidianbrecher. Verstärkung der Naga. Tötet 10 Mymidonen der Schwarzschuppen oder Seerufrinnen der Schwarzschuppen. Hier drüben. Unsere Jungs an der Küste. Meldet euch bei Leutnant Emry im Zwielichtufer im Schattenhochland. Okay. So. Ähm. Warum kurze Aufnahmesession? Und zwar habe ich schon 10 Folgen im Voraus. Das wäre dann hier die Woche 8, 9, 10 bis hier. Ähm. 4 Folgen werde ich heute auf jeden Fall aufnehmen. Und. Wie lang gehen die Schlotternächte? Bis hierhin. Okay. Ähm. Und hier die Woche weiß ich noch nicht, ob ich das nächste oder wenn nächste Woche aufnehme. Ich will erstmal ein bisschen WoW Classic vorproduzieren. Weil hier kommt ja, äh, Shadowlands aus. Und ab da werde ich keine Zeit haben. Großartig. Äh. Wie heißt es? Ja. Ähm. WoW Classic aufzunehmen. Genau. So. Hier sind keine Quests mehr. Ja. Das wird sich noch alles ein bisschen ändern hier. Und wir müssen unter Wasser. Ich habe es. Hier ist die Obsidian Brecher. Hier ist irgendwo noch eine Quest. Sehe ich gerade. Erstmal hier ein paar Kisten aufnehmen. Ist die Quest hier drinnen? Oder ist die oben? Komme ich hier auch hoch? Müsst nochmal dann hier irgendwo sein. Baa. Da komme ich natürlich nicht hoch. Da komme ich auch nicht hoch. Ey, was ist das für ein Schiff? Warum komme ich dann nirgends hoch? Die müssen doch auch irgendwie unter Deck vorher gekommen sein. Egal. Ich hasse Unterwasser. Habe ich das schon mal gesagt? ja ich glaube ich habe schon mal erwähnt so acht vorräte brauchen wir holen wir zuerst die ganzen vorräte da vorne hier unten ist eine kiste bleibt doch mal da so da ist eine kiste na komm da ich dann ja müssten wir eigentlich nicht ja unter wasser lassen was so na komm letzte kiste die hier weg die hier weg eine brauchen wir dann noch wasserläufer hier oben ach da drüben ist eine quest so sirenen die tötet ophelia die sirene des hochland aha habt ihr sind noch alle mich hier einfach festzumachen und kann ich hier wieder raus hatte die einfach alle gekillt ok so wir brauchen jetzt noch einen hiervon die stehen von hier aus ja gut das war das einmal zurück die beiden quests abgeben ja wir müssen gucken wann das portal hier freigeschaltet wird ich glaube da muss man am strand vorne auch noch question so einmal zweimal und das war es ja hast du irgendwas für mich gut da rüber zum strand muss mehr so bitteschön spät den strand aus spät den brückenkopfkontrollpunkt in zwielichtufer aus ihr müsst den kontrollpunkt nicht einnehmen wenn ihr ihn einnehmt wird eure seite jedoch vorteile im kampf haben und ihr werdet für pvp gekennzeichnet landerschließung tötet zwölf marinen soldaten der achsbeißer am zwielichtufer im schatten hochland und hier schredder was schredder ektomie zerstört diamanten klingen schredder um fünf misshandelte schredderteile zu erlangen warum wurden die misshandelt was hat das für einen grund so da drüben das ist schon der allianz also ich muss jetzt einfach nur hin um den auszuspielen abgeschlossen den einen noch und dann ja ich helfe den mann bis kommen zwar immer wieder neue aber egal egal so also jeder hat eins heißt wir brauchen fünf stück davon was mit dem hier der wird wahrscheinlich dann als horden quest von der horde repariert kann ich mir jetzt nur vorstellen so was sollte denn das jetzt jetzt haben wir es ich kann mich an die ganzen quest hier gar nicht mehr erinnern also horde wüsste ich noch weil auf horde seite habe ich die ganzen quests hier zwei oder drei mal gemacht aber allianz war ich jetzt gar nicht mehr vogel am boden vogel am boden findet den abgestürzten greifenreiter der wildhämmer tordun hammerschlag am zwielicht ufer im schatten hochland rettung des belagerungspanzer sprich mit einem belagerungspanzer kommandanten auf einem kaputten belagerungspanzer von hochstade verteidigt den panzer während die ingenieure reparaturen vornehmen hier drüben auch hier so mach wie dann braucht ihr denn er verteidigt den belagerungspanzer ist keine sau ach da kommen welche da kommt einer kommen die alle immer nur aus der richtung hier da na komm ne von hinten kommen sie auch ok gut der ist repariert ähm hier drüben wäre dann kur dran ne tordun hammerschlag irgendwo da drüben oh sein greif ist tot lust auf ein glas die wurzel alles guten sammelt acht stück dorniger stinkwurz am zwielicht ufer also hier sehe ich einen da drüben da drüben oh man hier da drüben da drüben ist einer da hinten sehe ich noch einen drüben und wo ist der letzte hä 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 da und zurück zu ja tordun ja tordun heißt so bitteschön auf schwingen nach hochstart es spricht mit tordun hammerschlag und fliegt gemeinsam nach hochstart ich bin ganz dann mal los hoch starte ist wo ist denn hoch starte ist es hier ich würde er sagen hier ne feuerbach patrouille ist hier ach hier so stark ok hoch starte ich hoffe ihr allianzler seit jungen um den orcs des drachenmals eins auf die rübe zu geben gehört gehört ihr nicht zur allianz also das war eine ernst gemeinte frage gehören die nicht wildhammer clan was für einen ruf haben wir denn bei denen das müsste klassik sein äh ähh right of the dish king karakter márklist und bild haben wir klar neutral ok ja dann halte ich so die quest muss man dann drinnen abgeben wir fliegen noch mal zurück weil wir ja noch die eine quest hier drüben abgeben müssen hier drüben so bitteschön und das war es hier so dann fliegen mal zurück nach hochstabe und machen dann für heute schluss so einmal hier hin und dann bis morgen